Ist das wie bei Zombies? Werde ich gewissen? Werde ich auch einer? Oder... Virus... Blut... Ich weiß es nicht so genau. Kam bestimmt im Intro vor, aber da hab ich anscheinend irgendwie ein bisschen... Oh! Oh! Was? Wo kommst du denn her? Ich bin Jacob Arnold Alex. Und ich bin... Frühlautsch! Ach! Was schießt der da? Was für ein Vieh ey! Tools of Terror! Mit dem Werkzeug in der Hand! Geil! Hehehe! So, das sieht mir aus wie ein Eingang zu einer U-Bahn-Station! Oh, oh, oh! Ich hätte vielleicht... Vorher nachladen sollen! Oh! Oh! So! Denn von den Viechern trägt anscheinend... ... jedes zweite Muni bei sich! Diese Drecksviecher! So! So, jetzt fahre ich dann wieder nach unten! Ja! Wo? Okay, interessant! Verdammt! Keine Züge. Okay. Ich hab's zur Station geschafft. Was ist mit Denix-Männern? Ich habe sie in der Panik verloren. Dieser Ausbruch könnte uns etwas Zeit schaffen. Dann springen Sie auf einen Zug. Los! Nicht gut. Sieht aus, als wäre der Zug mit einem neuen Triebwagen ausgestattet worden. Und? Ich muss ihn wieder zusammensetzen. Dann schnell. Denix-Shuttle sind nicht weit weg. Wir versuchen sie abzulenken. Ziele und drücke F, um Chinese-aktivierte Becke zu greifen. Ziele? F? Ah, okay. Ah, okay. Das ist ja cool. So. So. Jetzt muss wahrscheinlich der noch irgendwie hier... Das... Hm, hm. Na gut, dann... Na gut, dann... Bewege dich... Äh, ja. Dann, äh... Ich würde dich eigentlich gerne nach vorne schieben. Ah, so geht's. Okay. Na, komm jetzt. Runter von dem linken. Zugmaschine ist in Position. Bitte verabfahrt Treibstoffwaggon. Treibstoff... Treibstoffwaggon ankopieren. Machen wir das doch. Komm zu, Papa. Na, komm. Alter, Alter. Zipp. Wir haben ja noch was Feines irgendwo. Aber wenn so die... Zugstationen von denen aussehen... Bisschen komisch, ne? Okay, Norden. Der Zug ist wieder flott und kann durch das Süddorf fahren. Er entgeht Ihnen nicht. Was anderes bewegt sich nicht. Ich verstanden, ich schließe auf, sobald Sie die Stadt verlassen haben. Halten Sie sich zur Abholung bereit. So, dann springen wir doch mal hinten auf. Und ja. Da wird es jetzt von diesen Viechern wimmeln. Sie haben immer noch nicht gesagt, was mit Alley ist. Ja, das ist der richtige Zeitpunkt. Erhebt Sie noch? Sie haben das Netz von der Geoholstation gesehen. Sie war für uns nach der Spur und wollte zu geheimen Koordinaten. Dann macht der Kontratdaten. Die Rechstung ist ein Händnis, der am Leben und Funktion ist nicht. Das sind Sie noch nicht gefunden. Ach, Sie holen mich auf, anscheinend. Okay. Hey, Peter. Ein bisschen schwer zu zielen hier irgendwie. Ganz seltsam. ich komme ich schwinge meinen arsch doch schon so hinter mir war ja die art war da runter so so Headshot. Komm schon, beweg dich. Oh. Ja, aber das hätte ich jetzt nicht erwartet. Dann werden wir die nicht plündern. Und einfach schneller töten. So. Ging doch gleich viel besser. Oh, sieht man das Schlechtes eh. Oh. Und, 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 und. Yay, erfolgt gleich. Wer ist das? Mein Sohn. Süßer Junge, mussten Sie ihn zu... Er ist tot. Der Nekatenon gebracht. Und seine Mutter. Tut mir leid. Schon gut. Sollte es nicht. Wir sind keine Freunde. Ich danke, dass Sie mich gerettet haben. Strengen Sie sich demnächst an. Korber, ist Isaac schon wach? Ja. Gut, wir sind fast da. Schwingen Sie Ihre Hintern auf die Brücke. Wir haben ihn gehört. Kapitel 2, ganz allein. Na gut. Dann nutze ich die Chance und beende an der Stelle die Aufnahme. Und wir sehen uns. Tschüss. Und wir sehen uns.